einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ja es ist wieder zwei wochen her kam ich erst gerade aus kann wieder und es ist schon wieder so viel passiert wir sind umgezogen also ich bin mit meiner freundin zusammengezogen wir haben jetzt hier eine dreieinhalb zimmer wohnung vielleicht gibt es auch noch mal eine probentur ich verspreche nichts weil ich schaffe das dann alles nicht aber heute geht es für mich für fünf tage nach faro süd portugal und dann springe ich jetzt mal in die uniform frühstücke trinke mein kaffee und dann geht es auch schon zum flughafen also bleibt dran und viel spaß so der kaffee ist gemacht das flug briefing ist da uniform ist auch an und ja zur heutigen route unsere heutige route bringt uns etwas erstmal in den süden nach frankfurt dann machen wir eine rechtskurve über offenbach luxemburg rennen eigentlich direkt nach paris östlich an buchelow vorbei dann über die pyreneen richtung pamplona und von pamplona dann halt nach belbau was halt unser erster stopp ist zum tanken weil die strecke nach faro schaffen wir nicht direkt mit unserem flugzeug und das dauert ungefähr zwei stunden 50 und dann noch mal locker easy eine halbe stunden nach faro an madrid vorbei dann östlich an lissabon vorbei und dann fliegen wir auch direkt nach faro lander bleiben fünf tage was dort passiert weiß ich noch nicht im detail aber stay tuned also es ist noch zeit cure det viel mehr Technology determine st du Ét ja dass da Und hier sind wir in Faro und wir bringen erst mal 5 Tage hier. Und das Wetter ist einfach nur richtig geil, 28 Grad, die Sonne scheint und ja, mal sehen, was wir alles so anschneiden werden. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, zwei Tage später hier und ja, gestern schien die Sonne. Ich habe den ganzen Tag vor dem PC verbracht, habe Catering bestellt, hatte ein paar Meetings und, und, und. Und heute ist es bewölkt und das hält uns aber nicht ab, mal eine Tour zu den ganzen Inseln hier in der Gegend zu machen. Südlich von Faro sind, glaube ich, 5, 6, 8 Inseln. Die werden wir einfach mal besuchen. Also gucken wir mal, wo der Fährhafen ist und dann geht's ab. Dann morgen. Heute ist Samstag, heute ist unser Markt hier. Und ich habe ja ein Abkommen mit beiden Freundinnen, dass ich hier aus jedem Land, aus jeder Stadt, wo man es mitbringe, über welche leckenden Sachen. Und diesmal hat sie sich einfach Mangos gewünscht. Da war ich jetzt hier mal auf diesem Offenmarkt. Einmal ein Kompost, über 4,80 Euro oder so umgerichtet. Also mega billig, weil Kunden, die geschmacklich sind. Aber ich denke mal, so ein Greifemangos sind besser, als die bei uns aus dem Rebo oder aus dem Edeka. Ja, lokale Fischer haben wir verkauft in den genüllen Fischen, liebe Mutter. Aber in der Feld auch so richtig ortergewöhnlich ist. Also man sieht hier wirklich die Effekte von Ebbe und Flut. Also döller als jetzt an Anklischstellen. Das ist cool. So, zurück hier im Hotel. Ja, dieser Vlog ist einfach irgendwie ein bisschen chaotisch. Es springt immer von A nach B. Aber was soll ich machen? Das Wetter ist halt immer nicht so schön. Und dann müssen wir uns halt auch immer mit anderen Sachen beschäftigen. Und auch wenn man da halt einen ganzen Tag dann einfach nur im Hotel Fitnessstudio verbringt oder sonst irgendwas. Das filme ich natürlich nicht. Das interessiert euch natürlich auch nicht. Und deshalb lasse ich das halt einfach draußen. Aber was ich euch auf jeden Fall zeigen kann, ist dieses Olivenöl. Dieses Olivenöl heißt Gallo. Und das ist irgendwie hier in jedem Restaurant. Also das ist dieses lokale Olivenöl, was die hier haben. Da kostet ein Liter 7,80 Euro oder sowas. Und geschmacklich ist das echt gut. Dazu habe ich noch nur zwei Tüten Süßigkeiten und drei Mangos halt für meine Freundin mitgebracht. Auf jeden Fall nehmen wir dann heute endlich mal, weil heute scheint auch endlich mal wieder die Sonne, die Fähre um 15 Uhr und fahren rüber nach Farol. Das ist so eine kleine Insel hier vorne mit einem Leuchtturm. Lassen mal die Drohnen fliegen, gehen dann mal spazieren, gucken uns mal die Insel an. Und gehen dann heute wieder in dem Restaurant Ria Formosa essen, wo wir auch gestern schon waren und uns es mega gefallen hat. Wir haben für zwei Leute Steak und Kanälen bestellt, haben noch drei Bier getrunken jeder und haben einfach nur 40 Euro bezahlt. Also die Preise sind da unschlagbar, da kann man nicht meckern. Also wir ziehen uns wieder um und es geht zur Fähre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also was heißt, wir fliegen gleich los. Gestern war super schön nochmal mit den ganzen Inseln, das Essen war einfach wieder nur perfekt. Und ja, heute geht es wieder zurück nach Leipzig. Wir haben es gleich 16 Uhr lokal. Da fliegen wir los, wieder nach Bebau, tanken und fliegen dann weiter nach Leipzig. Das gesamte Flugzeug beträgt ungefähr vier Stunden. Wir gucken mal und fliegen so schnell wie möglich. Landung 21.30 Uhr, Leipziger lokaler Zeit dann. Und ja, hoffen, dass alles gut ist und springen wir doch direkt ins Flugzeug und ich melde mich dann nochmal nach dem Flug. Also bis gleich. Musik. 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 So, dann ist es auch endlich soweit. Ich bin zuhause. Es ist jetzt kurz nach eins. Ja, war ein langer Tag. Bisschen chaotisch alles. Aber wir sind wieder zurück. Also bald kommt wieder ein neuer Vlog. Um ihr nicht zu verpassen. Abonniert doch diesen Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked das Video und schreibt es euch mal in die Kommentare. Was soll ich euch das nächste Mal zeigen, was soll ich euch mal erklären. Ja, vielen Dank, dass ihr diese Vlog geschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. gut. Musik. Untertitelung. BR 2018